Das Leben kann wunderschön sein, ist das allerdings nicht immer. Wie gut es dann blaue Flecken meistens alleine heilen, mitunter dauert es allerdings länger. Befreit von Altlasten, wie Ängsten und einschränkenden Überzeugungen, liegt ein erfülltes Leben in den eigenen Händen. Aus Unterstützung klingt das oft überraschend schnell, selbst wenn Probleme schon ewig an einem zu kleben scheinen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut unterstütze ich Menschen bei der Auflösung von Ängsten und Angststörungen, sowie den Folgen narzisstischen Missbrauchs. Wissen und Tun stehen nicht immer im Einklang. Der größte Teil der Wahrnehmung des Denkens und Handelns wird vom unbewussten Verstand gesteuert. Das menschliche Unbewusste ist zwar grundsätzlich daran interessiert, uns zu unterstützen, doch es kommt auch zu Missverständnissen. Und die führen zu Automatismen und zu Verhaltensmustern, die wir beibehalten, selbst wenn sie uns schaden. Vielleicht fühlen wir uns dann viel fangen in einem Teufelskreis. Und oft gehen wir den ersehnten Weg nicht selbstständig und leiten die Korrektur nicht aktiv ein. Und das reduziert die Lebensqualität. Sind wir hingegen aufgeräumt, befreit von Altlasten und einschränkenden Überzeugungen unterwegs, liegt ein erfülltes Leben in den eigenen Händen. Es ist weit mehr eine Entscheidung, eine Erlaubnis, die es vermöglicht. Mit passender Unterstützung gelingt das oft überraschend schnell, selbst wenn wir schon ewig mit Herausforderungen zu tun haben. Werden alle Bereiche der Psyche berücksichtigt, es ist viel leichter zu gestalten, das Leben selbstbestimmt zu genießen. Es lohnt sich, das innere Gleichgewicht zu pflegen. Im passenden Zustand gehen die Dinge einfach besser von der Hand und jeder Schritt liefert einen spürbaren Beitrag für ein erfülltes Leben. Glückszustände, anders so als in sich zu suchen, führt zu Umwegen. Entsprechend gilt es sowohl mit dem Bewussten als auch mit dem Unbewussten Teil der Persönlichkeit zu arbeiten. Im Mentaltraining und in der Psychotherapie mit Schwerpunkt Ängste und Angststörung setzt sich dazu bewährte Techniken in Trance ein. Das macht selbst ohnehin schon effektive Techniken noch intensiver. So oder so, das Leben ist so wertvoll für irgendwann. Wir haben ein erfülltes Leben verdient und dafür lohnt sich der Einsatz. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam, pass gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegt. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam, pass gut auf uns und jene auf uns und jene auf uns und jene auf uns und jene auf uns an. Vielen Dank.